Wenn Sie denken, Reinigen und Staubsaugen ist lästige Arbeit, dann machen Sie sich bereit. Werden Sie Ihren Staubsauger los und ändern Sie die Art, sauber zu machen, für immer. Wir präsentieren den brandneuen Revolutionären Invictus von Genius. Das innovative Reinigungssystem für jeden Schmutz drinnen und draußen. Mit unschlagbarer Power und der Freiheit, jederzeit und überall zu reinigen. Komplett ohne Kabel und ohne Saugverlust. Nie wieder schwere, lästige Staubsauger schleppen und hinterherziehen. Denn Invictus wiegt weniger als 2 Kilo. Für einfachstes Saugen mit nur einer Hand. Nie wieder Möbel verrücken oder beschädigen mit Ihrem Staubsauger. Denn Invictus ist so flach designt, er passt unter einfach alles mit Leichtigkeit. Und die 5 LED-Lichter zeigen Ihnen Schmutz, von dem Sie nicht mal wissen, dass er da ist. Mit extremer Beweglichkeit gleitet Invictus von einer Oberfläche zur nächsten, von Hartboden auf hohen Teppich problemlos. Und wenn es um Power geht, nichts schlägt Invictus. Mit seinem bürstenlosen digitalen Hochleistungsmotor arbeitet er mit zweieinhalb Mal mehr Power als andere Staubsauger. Durch seine 80.000 Umdrehungen pro Minute für ultimative Saugkraft. Andere Staubsauger hinterlassen Rückstände sogar nach zwei Zügen. Aber mit der Power und dem Ultrasoft-Bürstenaufsatz des Invictus saugen und polieren Sie gleichzeitig. Nichts bleibt liegen. Er entfernt 99,9% der Staubpartikel, Allergene und andere Schadstoffe aus der Luft und hält sie im Staubbehälter gefangen. Verschwenden Sie kein Geld für konventionelle Staubsauger, Besen, Staubwedel, Wischer und Reinigungsmittel. Denn mit Invictus reinigen Sie Ihr komplettes Zuhause mit einem beeindruckenden System. Das ist der brandneue Invictus X7 von Genius. Aber warum ist er besser als alle anderen Staubsauger? Weil er kabellos ist. Er ist ultraleicht und flexibel genug für all Ihre Reinigungsarbeiten. Und er hat so viel Power, dass Sie Ihr komplettes Haus mit nur einer Akkuladung reinigen können. Wir sprechen also über einen beutellosen, aufladbaren Staubsauger mit echter Power. Und wenn es um Staubsauger geht, ist hohe Saugkraft das Wichtigste. Für ein sauberes Zuhause in kürzerer Zeit. Also, bleiben Sie dran und lernen Sie die neue Art des Reinigens kennen, die Ihnen Zeit spart, Kraft und Geld. Ändern Sie die Art des Saubermachens für immer mit dem brandneuen, kabellosen, beutellosen, grenzenlosen Invictus. Also Bo, das ist Schmutz, den nur meine Familie so hinbekommt. Aber jetzt mit Invictus reinige ich nicht nur den oberflächlichen Schmutz, den man sofort sehen kann. Mit der bürstenlosen digitalen Technologie haben Sie zweieinhalbmal mehr Power als andere herkömmliche Staubsauger. Und mit der aktiven Power der motorisierten Elektrobürste können Sie all den Schmutz und all den Staub aufsaugen, der im Teppich tief fest sitzt. Denn Invictus steht für Tiefenreinigung. Schauen Sie, wir saugen alles restlos auf, den ganzen Dreck, die Haare, all das Konfetti. Schauen Sie auch, wie Invictus mit Leichtigkeit über den Teppich gleitet, ohne Verlust der Saugkraft. Und der ganze Schmutz, den Sie hier sahen, ist jetzt genau hier. Ich war einkaufen für einen neuen Staubsauger und ich sage Ihnen, ich sah welche, die hunderte, hunderte Euro mehr kosten als der Invictus. Am besten gefällt mir, dass er meinen alten Staubsauger maßlos übertrefft. Mit dem alten kam ich nicht unter Möbel, wo der Invictus aber leicht drunter passt und alles aufsaugt, was mir wirklich hilft. Er saugt jeden Schmutz und Staub von meinen Spiegeln auf, von allen Ablagen, Bücherregale, überall. Und in der Küche saugt er alles vom Boden auf. Der Invictus gibt mir doppelte Power zum halben Preis. Was liebt man daran nicht? Wie jede Mutter bestätigen kann, wenn Sie Kinder haben, dann gibt es auch Schmutz, ganz besonders nach Kindergeburtstagen. Aber keine Sorge, mit Invictus haben Sie bürstenlose digitale Technologie, die Ihnen ermöglicht, zweieinhalbmal schneller und somit effektiver zu reinigen als mit anderen Staubsaugern. Er ist ultraleicht und beweglich, so kommen Sie an alle Stellen, die Sie bisher nie reinigen konnten. Und die LED-Lichter bringen wirklich jeden Staub ans Licht. Sehen Sie, nichts bleibt liegen. Wenn Sie mit dem Boden fertig sind, tauschen Sie einfach den Aufsatz und machen dort weiter, wo der Schmutz ist. Auf dem Tisch oder auf dem Bett. Alles sauber mit einem beeindruckenden Reinigungssystem. Invictus spart viel Zeit und er macht Ihr Leben um einiges leichter. Ein sauberes Zuhause ist super wichtig für mich. Meine Kinder spielen immer auf dem Boden, wo ich mit ihnen zusammensitze. Als ich diesen Teppich mit dem Invictus saugte, konnte ich nicht fassen, welche Menge Schmutz herauskam. Ich war schockiert. Der Invictus ist so unglaublich, so leicht zu bedienen. Ich benutze nie wieder einen anderen Staubsauger. Ganz genau. Mit Invictus navigieren Sie durch das gesamte Wohnzimmer. Es gibt kein zu kurzes Kabel. Alles aufsaugen und einfach dorthin gehen, wo der Schmutz liegt. Außerdem können Sie problemlos schwer erreichbare Stellen saugen, wie beispielsweise hinter Heizkörpern, Bücherregalen oder hinter Kühlschränken. Und Sie benötigen keine Staubwedel mehr, denn Invictus beinhaltet spezielle Staubaufsätze. Invictus verändert die Art zu reinigen für immer. Weil es einfach kein Kabel mehr gibt. Kein ständiges Einstecken oder Wiederumstecken mehr. Nicht über das Kabel stolpern. Wie wäre es, wenn Sie nach dem Essen alles ganz leicht aufsaugen könnten? Essensreste sind oft schwer zu entfernen. Aber warum hier aufhören? So schnell, wie Sie von einem Raum zum anderen gehen, wechseln Sie auch Ihre Aufsätze. Und reinigen problemlos vom Boden bis zur Decke und alles dazwischen. Und das Beste daran, der Invictus ist ultraleicht. Er wiegt weniger als zwei Kilo und er ist kabellos. So können Sie ganz leicht von einem Boden zum nächsten gehen, ganz ohne Mühe. Reinigen Sie alle Böden, saugen Sie Treppen und Ihr komplettes Zuhause mit extremer Power und nur einer einzigen Akkuladung. Schneiden Sie das Kabel ab und legen Sie die Power von Invictus in Ihre Hand. Das ist die Reinigungstechnologie von morgen, die Sie nutzen, um Ihr Leben zu erleichtern. Heute. Hier können Sie Ihr ganz eigenes, kabelloses, grenzenloses Invictus Reinigungssystem jetzt bestellen. Wenn Sie denken, Reinigen und Staubsaugen ist lästige Arbeit, dann machen Sie sich bereit. Werden Sie Ihren Staubsauger los und ändern Sie die Art, sauber zu machen für immer. Wir präsentieren den brandneuen Revolutionären Invictus von Genius. Das innovative Reinigungssystem für jeden Schmutz drinnen und draußen. Mit unschlagbarer Power und der Freiheit, jederzeit und überall zu reinigen. Komplett ohne Kabel und ohne Saugverlust. Nie wieder schwere, lästige Staubsauger schleppen und hinterherziehen. Denn Invictus wiegt weniger als 2 Kilo. Für einfachstes Saugen mit nur einer Hand. Nie wieder Möbel verrücken oder beschädigen mit Ihrem Staubsauger. Denn Invictus ist so flach designt. Er passt unter einfach alles mit Leichtigkeit. Und die 5 LED-Lichter zeigen Ihnen Schmutz, von dem Sie nicht mal wissen, dass er da ist. Mit extremer Beweglichkeit gleitet Invictus von einer Oberfläche zur nächsten. Von Hartboden auf hohen Teppich problemlos. Und wenn es um Power geht, nichts schlägt Invictus. Mit seinem bürstenlosen digitalen Hochleistungsmotor arbeitet er mit zweieinhalbmal mehr Power als andere Staubsauger. Durch seine 80.000 Umdrehungen pro Minute. Genug Power, um diesen 20 Liter Kanister zu zerquetschen. In Sekunden. Wahnsinn. Dieser Teppich ist voll mit Erde und Schmutz. Nur der Invictus schafft es tiefsitzenden Schmutz zu entfernen, wo andere Staubsauger versagen. Und nichts ist auf Hartböden besser als Invictus. Andere Staubsauger hinterlassen Rückstände sogar nach zwei Zügen. Aber mit der Power und dem Ultrasoft-Bürstenaufsatz saugen und polieren Sie gleichzeitig. Nichts bleibt liegen. Nachzieh-Staubsauger bringen nicht genug Saugkraft direkt auf die Oberfläche. Aber Invictus hat eine motorisierte Bürstenrolle, die einen tornadischen Wirbel erzeugt. Schmutz wird erst aufgewirbelt und anschließend restlos eingesaugt. Er entfernt 99,9% der Staubpartikel, Allergene und andere Schadstoffe aus der Luft und hält sie im Staubbehälter gefangen. Verschwenden Sie kein Geld für konventionelle Staubsauger, Besen, Staubwedel, Wischer und Reinigungsmittel. Denn mit Invictus reinigen Sie Ihr komplettes Zuhause mit einem beeindruckenden System. Wenn Zubehör oder Filter schmutzig sind, einfach klar abspülen oder in die Spülmaschine geben. Der Invictus enthält einen durchsehbaren, integrierten Staubbehälter für einfachstes Schmutz entfernen ohne Berührung. Das 3-Stufen-HEPA-zertifizierte Filtersystem für Luft, Staub und Allergene, das die Luft in Ihrem Zuhause reinigt und Sie frischer hinterlässt als vor dem Saugen. Sie bekommen den langlebigen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku-Plus-Ladegerät und Saugrohr mit motorisierter Elektrobürste für all Ihre Teppiche, Fliesen, PVC und Hartböden. Invictus von Genius ist ein wahrer Paradigmenwechsel in der Staubsaugertechnologie. Genau wie das hierdurch ersetzt wurde, können Sie jetzt Ihre Hausreinigung auf gleiche Weise ändern. Invictus von Genius stellt wirklich alle herkömmlichen Staubsauger in den Schatten. Absolut. Und wir werden Ihnen das jetzt beweisen. Bo, du nimmst diesen Kabelstaubsauger, den wir alle zu Hause haben, und ich nehme den Invictus. Okay, gleicher Schmutz, gleiche Oberfläche, richtig? Okay, auf geht's. Nun, das Erste, was ich tun muss, ist, das Kabel anfangen zu entwirren und weiter entwirren. Und jetzt muss ich eine Steckdose dafür suchen, Jenny, bevor ich überhaupt anfangen kann zu saugen. Der Invictus ist kabellos. Er geht dorthin, wo Schmutz ist. Es gibt kein Kabel, also keinen Stress und auch kein ständiges Böcken. Er beinhaltet einen hochwertigen, stets vollgeladenen, starken Akku mit Lithium-Ionen-Zellen von Sony. Er ist immer bereit, wenn Sie es sind. Nun, auf solche hohen Stellen zu kommen wie Küchenschränke kann ein riesiger Aufwand sein mit einem großen, schweren Sauger wie diesem hier, Jenny. Aber mit dem Invictus bekommen Sie digitale, bürstenlose Technologie. Das bedeutet für Sie maximale, tragbare Power. Ich nehme die Bürstenrolle ab und benutze für den Küchenschrank den flexiblen Staubaufsatz. Bo, sauber machen war noch nie zuvor so leicht. Und ich bin schon fertig. Okay, Jenny, feiner Staub und Schmutz auf Hartboden und los geht's. Schauen wir mal, was passiert. Alles klar. Sie sehen, der Staubsauger schiebt alles nur vor und zurück. Ich schiebe alles nur herum und die Reste sind immer noch da. Schauen Sie, wie ich über diesen Hartholzboden gleite, der mit feinem Staub und Schmutz belegt ist. Absolut nichts bleibt liegen. Invictus ist so schnell. Ich saug deins einfach noch mit. Dankeschön. Schon fertig. Und in nur wenigen Sekunden sind all Ihre Hartböden perfekt gereinigt. Und wenn Sie mich fragen, ist das sauberer als mit einem Mob oder Besen. Alles klar. Machen wir mit der Treppe weiter, Jenny. Ich bin ehrlich zu dir. Okay. Oh, Vorsicht. Mit diesem Gerät Treppen hoch und runter zu gehen ist mühsach. Ja. Also mit dem Invictus. Wenn Sie Ihre Treppen saugen möchten, geht das so schnell und einfach. Nur einmal drüber gehen und alles wird sofort aufgesaugt. Der ganze Schmutz. Aber das Beste ist, Sie können Ihre Treppen hochgehen mit einer Hand. Er ist so leicht. Also ganz egal, ob Sie Hundepfoten entfernen möchten, Dreck, Allergene, sogar Tierhaare, Bo. Nichts ist unmöglich für den Invictus, denn er hat grenzenlose Power und Tragbarkeit in einem kompakten, leichten Gerät. Jenny, ich bezahle dich jetzt sofort. Mit mir zu tauschen. Einverstanden? Alles klar, Jenny. Schmutz im Wohnzimmer. Endlich etwas, das mein Staubsauger schafft. Oh nein, mein Kabel ist zu kurz. Nur keine Sorge, Bo. Ich übernehme das für dich. Wir setzen unsere Mini-Elektrobürste auf und dann mit dem langlebigen, wiederaufladbaren Akku können Sie jetzt Ihr komplettes Zuhause mit einem Mal gründlich reinigen. Sogar diese Tierhaare. Sagen Sie auf Wiedersehen zu diesen Kekskrümeln. Kein Problem. Und wenn Sie fertig sind, stellen Sie ihn einfach zurück in die Station, wo Sie ihn verstauen und laden. So ist er immer bereit, wenn Sie es sind. Sind Sie immer noch nicht überzeugt, dass der Invictus richtig für Sie ist? Also wir baten einige Leute, deren Staubsauger ins Studio zu bringen und das erste Mal Invictus zu testen. Hier ist, was Sie zu sagen hatten. Also mein alter Staubsauger hatte zwei Teile und ich musste das Größere immer die Treppe hoch und runter schleppen. Ich fiel schon mal runter, die Treppe. Zuvor, persönlich. Und ich wollte die Wand nicht beschädigen, also verletzte ich mich selbst ziemlich schwer, weil ich den Staubsauger festhielt während dem Fallen. Aber jetzt mit dem Invictus ist Treppensaugen ganz leicht. Er ist toll für kleine Flächen, unter Möbeln, für verstaubte Bücherregale im Wohnzimmer oder auch für Tische. Er ist so leicht. Er ist einfach zu verstauen. Ich liebe ihn. Meinen alten Staubsauger zu benutzen war ein Albtraum. Das Kabel ist zu kurz. Es reißt immer raus oder verwickelt sich. Der Invictus ist so leicht zu benutzen. Jetzt möchte ich selbst Staubsaugen, anstatt dass mich meine Frau dazu zwingen muss. Also ich hab zwei Kinder und einen kleinen Hund. Und Hunde können eine Menge Dreck machen. Neben dem Schmutz, den man auf den ersten Blick sehen kann, entferne ich auch die Tierhaare und die Milben und Allergene aus der Luft. Und wenn ich mit dem Saugen fertig bin, fühle ich richtig, dass die Luft in meinem Zuhause viel frischer, angenehmer und sauberer ist. Nachdem ich den Invictus heute testete, weiß ich, ich kaufe einen für mich und einen für meine Mutter. Mit Invictus bekommen Sie ein schnelleres, leichteres, stärkeres und tragbares Reinigungssystem für Ihr ganzes Zuhause. Und er ist immer bereit, wenn Sie ihn brauchen. Hier bestellen Sie Ihren eigenen, kabellosen, beutellosen, grenzenlosen Invictus jetzt gleich. Wenn Sie denken, Reinigen und Staubsaugen ist lästige Arbeit, dann machen Sie sich bereit. Werden Sie Ihren Staubsauger los und ändern Sie die Art, sauber zu machen für immer. Wir präsentieren den brandneuen, revolutionären Invictus von Genius. Das innovative Reinigungssystem für jeden Schmutz drinnen und draußen. Mit unschlagbarer Power und der Freiheit jederzeit und überall zu reinigen. Komplett ohne Kabel und ohne Saugverlust. Nie wieder schwere, lästige Staubsauger schleppen und hinterherziehen. Denn Invictus wiegt weniger als 2 Kilo. Für einfachstes Saugen mit nur einer Hand. Nie wieder Möbel verrücken oder beschädigen mit Ihrem Staubsauger. Denn Invictus ist so flach designt, er passt unter einfach alles mit Leichtigkeit. Und die 5 LED-Lichter zeigen Ihnen Schmutz, von dem Sie nicht mal wissen, dass er da ist. Mit extremer Beweglichkeit gleitet Invictus von einer Oberfläche zur nächsten, von Hartboden auf hohen Teppich, problemlos. Und wenn es um Power geht, nichts schlägt Invictus. Mit seinem bürstenlosen digitalen Hochleistungsmotor arbeitet er mit zweieinhalbmal mehr Power als andere Staubsauger. Durch seine 80.000 Umdrehungen pro Minute. Genug Power, um diesen 20 Liter Kanister zu zerquetschen. In Sekunden. Wahnsinn. Dieser Teppich ist voll mit Erde und Schmutz. Nur der Invictus schafft es tiefsitzenden Schmutz zu entfernen, wo andere Staubsauger versagen. Und nichts ist auf Hartböden besser als Invictus. Andere Staubsauger hinterlassen Rückstände sogar nach zwei Zügen. Aber mit der Power und dem Ultrasoft-Bürstenaufsatz saugen und polieren sie gleichzeitig. Nichts bleibt liegen. Nachzieh-Staubsauger bringen nicht genug Saugkraft direkt auf die Oberfläche. Aber Invictus hat eine motorisierte Bürstenrolle, die einen tornadischen Wirbel erzeugt. Schmutz wird erst aufgewirbelt und anschließend restlos eingesaugt. Er entfernt 99,9% der Staubpartikel, Allergene und andere Schadstoffe aus der Luft und hält sie im Staubbehälter gefangen. Verschwenden Sie kein Geld für konventionelle Staubsauger, Besen, Staubwedel, Wischer und Reinigungsmittel. Denn mit Invictus reinigen Sie Ihr komplettes Zuhause mit einem beeindruckenden System. Wenn Zubehör oder Filter schmutzig sind, einfach klar abspülen oder in die Spülmaschine geben. Der Invictus enthält einen durchsehbaren, integrierten Staubbehälter für einfachstes Schmutz entfernen ohne Berührung. Das drei Stufen HEPA-zertifizierte Filtersystem für Luft, Staub und Allergene, das die Luft in Ihrem Zuhause reinigt und Sie frischer hinterlässt als vor dem Saugen. Sie bekommen den langlebigen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku-Plus-Ladegerät und Saugrohr mit motorisierter Elektrobürste für all Ihre Teppiche, Fliesen, PVC und Hartböden. Nie wieder schwere Staubsauger schleppen, sich in störenden Kabeln verfangen und teure, schmutzige Beutel wechseln. Das bedeutet, Sie brauchen Invictus. Was liebt man daran nicht? Er ist kabellos, beutellos und er wiegt weniger als zwei Kilo und er hat alle Aufsätze für all Ihre Reinigungsarbeiten. Ich habe hier den 2 in 1 Aufsatz und damit saugen wir einfach restlos alles auf, was in der Küche ist. Der Buchweizen ist kein Problem. Hier haben wir feine Kräuter. Schauen Sie, wie schnell er alles direkt einsaugt. Und was ist mit Leinsamen? Das unter Ihren Schränken könnte problematisch werden. Schauen Sie sich diese Saugkraft an. Na, kannst du das glauben, Wann? Johnny, drei verschiedene Arten, drei verschiedene Texturen, drei verschiedene Gewichte. Weg in Sekunden. Schauen Sie, mit einem Klick. Jetzt lassen Sie uns sprechen über Power. Achtung! Unten liegen Federn drin. Die Saugkraft des Invictus ist unglaublich. Sehen Sie das? Er saugt die Federn auf aus einem Meter Entfernung. Komm schon, das ist unfassbar. Die bürstenlose digitale X7-Technologie macht einen großen Unterschied, nicht wahr? Und benutzen Sie nie wieder einen Mob oder Besen zum Entfernen von feinem Staub und Partikeln. Das ist die Ultrasoft-Bürstenrolle. Damit ist es unglaublich einfach, feinsten Schmutz vom Boden oder anderen Oberflächen aufzusaugen. Nichts bleibt liegen und sie ist für jeden Boden perfekt geeignet. Wirklich beeindruckend. Diese extreme Saugkraft hat nur der Invictus X7. Und wissen Sie, Sie werden Sie lieben, die flexible Fugendüse aufgepasst. Damit können Sie problemlos unter Ihrem Kühlschrank saugen. Ab sofort kommen Sie an alle schwer erreichbaren Stellen. Was für eine Saugkraft! Absolut unglaublich. Das schafft nur der Invictus. Exakt. Aber eine große Sache für mich ist Sicherheit. Also wenn Sie hinter Ihren Trockner gehen, glauben Sie nicht, was Sie alles aufsaugen werden. Jenny, das kann zur ernsten Brandgefahr werden, wenn man es nicht regelmäßig reinigt. Und so einfach, wegen der Form und des Designs, ist die Stelle sauber. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich setze jetzt die Fugendüse auf. Können wir loslegen? Okay, los geht's. Schau dir das an. Wir saugen Wollmäuse auf. Aus diesen langen Fugen. Störende Tierhaare, Essen, das in engen Lücken festsitzt und an die kein normaler Staubsauger drankommt. In Invictus kommt ihn immer zur Rettung. Jetzt machen wir mit der motorisierten Mini-Elektrobürste weiter. Jenny, bereit? Bereit! Auf diesem Langhaarteppich haben wir tiefsitzenden Schmutz und Staub, den man nicht sehen kann. Plus Tierhaare, die man sieht. Der Invictus saugt alles problemlos ein, Jenny. Mit Invictus wird Ihr Zuhause reiner, frischer und sauberer als je zuvor. Als ich einkaufen war für einen Staubsauger, suchte ich nach Power und Bequemlichkeit, Tragfähigkeit und einem akzeptablen Preis, den ich mir leisten kann. Der Invictus hat einfach alles davon. Ich habe zwei Katzen und er saugt alle Katzenhaare auf. Ich komme mit ihm unter alle Möbel, ohne Bücken, in alle Ecken und Spalten im Raum. Zusätzlich ist er leicht und handlich, anders als große, schwere Staubsauger. Und ich kann ihn einfach im Schrank verstauen. Er ist bereit, wenn ich ihn brauche. Invictus ist der perfekte Staubsauger für Ihr Auto. Warum? Kein Kabel, kein Beutel und kein Verlust der Saugkraft. Ganz egal, welcher Schmutz und welchen Aufsatz Sie benutzen. Jeder Schmutz überall in Ihrem Auto. Sie brauchen keinen zusätzlichen Staubsauger fürs Auto oder eine professionelle Reinigung. Das ist kabellos, beutellos, grenzenlos. Invictus. Kann Ihr Staubsauger Dinge aufsaugen aus 30 Metern Entfernung? Der Invictus X7 kann's. Schauen Sie. Sehen Sie nur, wir haben tausende verschiedene Perlen, einen 30 Meter Schlauf und Sie sehen die extreme Saugkraft. Das liegt an dem bürstenlosen, digitalen Motor des Invictus und seinen 80.000 Umdrehungen pro Minute. Wir sehen die Power mit eigenen Augen, Jenny. Wahnsinn! Beobachten Sie diese Saugkraft. Sehen Sie das? Alle Perlen sind im Behälter. Hat Ihr Staubsauger diese Saugkraft? Denn wenn nicht, dann brauchen Sie für sich den Invictus. Wir leben in einer drahtlosen Welt. Also warum wollen Sie den alten Staubsauger benutzen mit veralteter Technologie? Zerschneiden Sie das Kabel. Holen Sie sich Ihren Invictus. Invictus ist ein kompaktes Gerät mit extremer Kraft. Er ist ultraleicht und er macht Ihr Leben leichter. Heute. Hier bestellen Sie Ihren ganz eigenen, kabellosen, beutellosen, grenzenlosen Invictus. Jetzt gleich.